Guten Morgen, es ist Montag, es geht los. Was machen wir eigentlich? Wo sind wir hier? Es ist Jahr 6. Vorbereitung für Jahr 6 läuft. Das ist was ich gerade mache, worauf die ganze Arbeit hingeht. Es ist für eine starke Woche, die letzte Woche bei Bomaritos. Wir gehen jetzt los. Also, für die Leute, die schon seit ein paar Videos dabei sind, kennt Bomaritos ja schon. Wir sind diesmal bei der anderen Location. Wir haben zwei Locations. Einmal in Aventura, einmal in Davy. Heute sind wir in Davy für den Lift morgens. Und die Feldsession müssen wir mal schauen, wo wir die machen. Was ist die dann? Ich weiß gar nicht, Bro. Wala, Bro. Oh, we left on the day, man. Wir sind in einer anderen Bomarito-Location. Kommt mal rein. Die Tea-Room, Dan, silvers up to my drum. You too. Hi. Hi, wir sind hier. Es ist Upper-Body-Day. Das heißt, ich mache jetzt erstmal einen Upper-Body-Prep. Danach geht es weiter zum nächsten Workout. Aber hier muss jetzt erstmal Gas gegeben werden. Die Sonne ist noch gar nicht aufgegangen. Das heißt, hier noch Morning Grind im Dunklen. Und dann geht es weiter. Da? Da! 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 Bis zum nächsten Mal. In meinen Händen ist es ein bisschen Liquid Chalk, ich schwitze gerade zu krass. Ich brauche, dass er mich die Gewichte ein bisschen mehr reifen kann. Aber wir haben gerade überredet. Ich bin ja normalerweise in Aventura. Da trainiert Pete, macht das Training hier als Materia, der Boss. Pete textet mir so, hey Digga, wann kommst du wieder nach Aventura, weil ich ja schon eine Weile hier trainier. Wie eine Freundin oder sowas, wie eine Ex-Freundin. Hi, wir sind auf dem Weg zu dem Barefoot Workout. Gerade der Upper Body Lift fertig. Jetzt linken wir mit Mac Hollins und den Jungs, weil wir heute das am Start ist. Und machen unsere Barefoot, heute ist glaube ich Linear Speed Day. Das heißt, wir rennen auf Rasen, barfuß. Das ist sozusagen extra Training für die Füße, für die ganzen Gelenke. Ich habe das jetzt vor einem Monat angefangen mit Mac. Ich bin seit Januar sowieso schon viel barfuß unterwegs. Und habe dabei eben gemerkt, dass es viele kleine Muskeln in meinem Core, in meiner Hüfte trainiert, die ansonsten irgendwie auf der Strecke bleiben. Ich habe gemerkt, wenn ich dann Cleats anziehe, für die Field Session später, habe ich viel mehr Antritt und Beschleunigung. Nehme ich mit. Wir sind hier, nächstes Workout. Auf geht's. Mac kommt gerade, Mac leitet diese Workout Sessions. Mac wird uns, glaube ich, viel Trash-Talken. Ich war letzte Woche nicht hier, ich habe in Atlanta trainiert. Brandon war jetzt drei Wochen lang nicht da, weil er hat zum Vertrag unterschrieben, war dann im Urlaub in Cancun eine Weile. Morning. Morning. Ah, good, good. How are you? Nice, always. Mac hasst es, wenn Leute so Workout skippen oder irgendwas anderes zu tun haben. Das heißt, wir würden uns echt Trash-Talken ein bisschen gieblich mehr. Yeah, bro. Ich bin froh, wenn du rausgehst. Du raufst all die Richtung in Atlanta. Hey, ja. Du wißt, was du? Ich bin so, wie du da nicht zurückkriegst. Das ist gut, was ich? Ich habe meinen ganzen Körper Zeit, um zu tun. Es ist gut Workout, aber es ist definitiv gut. Das ist gut. Das ist gut, aber es ist gut. My boy, Brandon hat mehr Zeit mehr Zeit mehr. Das war's, das war's, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben ein paar Raps mit Schuhen gemacht, um die Füße wieder an den Knie zu gewöhnen. Jetzt kommt der härteste Part, Conditioning. Mal schauen, ob du mit zwei Tennisbällen und 50 Metern so machen kannst. So, ich habe die Jungs noch gar nicht vorgestellt. Habe hier ehemaliger Teamkollege von mir, Mack Hollins. Talk to him. Was up, people? Mack Hollins, Barefoot legend. Ich bin in der Schule in North Carolina. Du kannst du den Kidd, at Mack Hollins, auf Instagram, Twitter, all that good stuff. Aber nur, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich bin in Philly. Ich bin in Miami, ich bin in Vegas, ich bin in Atlanta, und jetzt bin ich in Buffalo. So, ich habe ihn alle ein bisschen. So, guys, Brandon Jones, Vice President of the Barefoot Gang. Ich war in Miami für vier Jahre, jetzt bin ich mit den Denver Broncos. Ich spiele in der Sicherheit. Ich bin hier, Mack Rolls. Ihr könnt mich auf, bless underscore jones 33, wie er gesagt hat. Call God, man. Ja, das sind die Jungs, man. Das ist die Barefoot Workout-Gruppe. Ihr seht es die ganze Woche. Wir haben jetzt noch einen Workout. Das heißt, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir gehen zur nächsten Location. Let's go. Zum Frühstück gab es heute Morgen einen Shake. Und jetzt auf dem Sprung zwischendurch. Das ist schon wieder drei Stunden später. Habe ich hier einen ESN Designerway. Eine Banane dazu. Ganz easy rein damit. So machen Proteinshakes für mich am meisten Sinn. Wenn du auf dem Sprung bist zwischendurch. Nicht unbedingt, um eine Mahlzeit zu ersetzen. Aber um zu schauen, dass du eben keine Fenster hast. Wo du Protein verpasst. Damit sich deine Muskeln, gerade nach so einem Workout, nicht wieder abbauen. Hier wir go. Ich habe sie gefragt, warum nicht? Eskucha und repite. Por qué? Por qué. Por qué no? Why not? Spanisch lernen oder wie? Ja, Mann. Wir nehmen und benutzen alle Stunden am Tag. Por qué? Por qué? Por qué? Why? Warum? Ich will Spanisch lernen, weil ich Spanische Länder nice finde. Und weil ich das nächste Mal, wenn ich in Urlaub gehe, nicht wieder als Gringo durchgehen will und nur Englisch rede mit den Leuten. Sondern beim nächsten Mal rede ich nur Spanisch für mich. Wir sind wieder am klassischen Setup. Bomberitos Aventura. Ihr kennt den Hallway. Hier ist wieder Kinder-Sommer-Camp oder sowas im Vordergrund. Wir fassen jetzt zur Field-Session mit Peeps. Letzter Workout für heute. Danach habe ich noch ein bisschen PT. Und dann sind wir durch. Erster guter Tag. Arbeit im Kasten. Guter Start zur Woche. Let's go. Ich habe gerade das Barfuß-Workout schon gemacht. Auf der Fahrt hier runter hat angefangen, die Muskeln fangen ein bisschen an zu crampen. Mir fehlt ein bisschen Hydration. Ich habe gerade in die Pro-Series Electrolytes hier reingeknallt, gemischt. Die Cramps sind direkt weg. Der Workout geht aber noch weiter. Darum gebe ich mir jetzt nochmal ein Package. Das Workout wird lang. Der Tag wird lang. Ich bin ein bisschen dehydrated. Darum Pro-Series Electrolytes von ESN. Link ist in der Beschreibung. Hol dir still den Schild. Get hydrated. Let's see what you're doing. Right? Das ist so gut. All right. Got to show him I can still rap, though. Now I'm in the game. I was on the bench. First I was renting. Now I'm collecting rent. First it with the Beamer. Now I want the Benz. Spendin' all the back. Like, here I go again. Outside sets a chirp. Not a caravan. Told you I'ma make. Keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like you're paper long? Eight day wake up and I thank God. Bad decision. Got you wishin' you can say nah. I say the gritty you can get here any day now. On my mama, I'm a moo. I finally way out. With some 20s, 50s, 100s, 1000s, 1000s, millions, billions, trillions, trillions. My chest the whole time cram. So let's see, Mark, let's see, he goes the whole time in the line. Here he goes the whole time in the line. Cutty in my ring when I'm sitting in the line. Mmm, voller Mund. Oh, Tyler. I'm black over here this week. Awesome. Good to see you, bro. See, I just ate. Eat first a little bit. First a little bit. So, the work is over. 6 a.m. lift. Barfoot workout. Field session. PT. Everything is done. It's just 1 o'clock. That's why we're all good at the time. Now we're back to the Airbnb. So I can make the rest of the day a few emails, calls, etc. I can plan things for the trip to Germany. And maybe we're going a little later on the beach. I'm doing a little yoga. But the main work for today is done. Year 6. That's what it's done. The week starts so hard, is nice. It's all worked so, as I've imagined it. And that's what it's done. Let's go. Welcome to the day of the day, when it's probably no reals on Instagram. I was there a lot of calls on the laptop. I've done a lot of calls on Instagram. I've done a long call. We have a little surprise for you. It's on the way. It's coming fast. The rest of the day, I'm going to hydrate now. I was today cramping. It's hot for me. I have to relax now on the water. So I'm going to be fit again. I'm going to jump on my DJ Equipment. I'm going to do a bit of yoga. That's it for today. See you tomorrow or later. So you can see, what a time it's done. I have my orange glasses on. Yoga is done. That's all, we're going to go to the pen. But tomorrow it's going to be done from vorne. It's now 9pm, 9pm. We're going to sleep. Tomorrow the weather will be around 5pm. That's it for today. Thank you for the time. Thank you for the time. Thank you for the time. Like, comment, subscribe. And we'll see you in the next video. Peace.